Das Nest befindet sich noch im Bau. Das ist neu. Da kam ein Ei aus unserer Konstruktion geflogen. Also da ist jemand geschlüpft. Interessante Konstruktion mit dem Balkon zwischen den zwei Nestern. Hier Luxus Süd. Und hier vorne, das sieht natürlich aus wie so arabisches Ruch. Kreuz und Quer. Schwalbenbirnen gucken überall raus. Die ersten waren am 6. April da und da liegt das eigentlich ganz miesam ab. Aber dann abends ist hier ein Verkehr, da ist der Frankfurter Flughafen nun Dreck dagegen. Also bisher hatten wir keine Abstürze, ergo mussten wir keine Babys großziehen. Das ist auch gut so. Ja, das sind sicher gezänkt, die sind festgehalten. Ein Reim drauf machen kann man sich nicht. Ja. Ja. Ja.